Schon in den 30er Jahren war diese Quelle in Thalheim und Umgebung bekannt. Die Leute nennen sie Furtzbache. Nicht weit entfernt vom Schwarzen Kreuz am Eisenweg ist sie mitten im Wald zu finden. Geheimnisvolle Heilkräfte wurden dem entspringenden Quell zugesprochen. Trinkt man das Wasser, wirkt es angeblich der Darmträgheit entgegen. Bei so viel guter Wirkung sprach mancher in den 30er Jahren schon vom zukünftigen Kurort Thalheim. In den darauffolgenden Kriegs- und Nachkriegsjahren geriet die Quelle in Vergessenheit. Erst 1974 wurde das Quellgebiet um das Furtzbache von aktiven Heimatfreunden in Absprache mit dem staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Flöa wieder in Ordnung gebracht. 1976 wurden durch die Ortsgruppe Thalheim eine Schutzhütte aufgestellt und zwei Fußgängerbrücken gebaut. Für die Unterhaltung der Quellfassung war nun die Heimatgruppe Thalheim verantwortlich. Im Laufe der Zeit wurde noch eine Bank aufgestellt. Zwei Wegweiser zeigten nun den Weg zum Furtzbache. Um die Heilwirkung der Quelle herauszufinden, wurde eine chemische und physikalische Wasseranalyse in Auftrag gegeben. Das Wasser stand mehrere Wochen im Licht und an der Luft. Dabei zeigte sich keinerlei Trübung, es blieb sauber und klar. Die quantitative Untersuchung des Eisengehalts fiel daher negativ aus. Der Klogehalt war bei zwei Litern Quellwasser mit einem Milligramm sehr gering. Der Härtegrad lag bei 3,08. Woher die abführende Wirkung kommt, liegt wahrscheinlich an den seitlichen Ausläufern der Ersehnstränge des Willegottesschachtes in Thalheim. Diese könnten bis in das Quellgebiet des Furtzbachels reichen. Mit der Analyse wurde eine weitere Erschließung als Heilquelle fallen gelassen. Aber es gibt auch heute noch Leute, die regelmäßig ihr Kaffeewasser an dieser Quelle holen und auf dessen heilende Wirkung schwirren. Das war die Analyse der Erschließung. Das war die Analyse der Erschließung.